Oh yes! Die erste Fahrstunde in deinem Leben und dann auch auf einem Fuki. Das ist was ganz Besonderes. Zum Glück sind wir hier natürlich auf Privatgelände. Dann gib doch mal langsam und du durst jetzt mal ganz kurz alleine fahren. Und da vorne drehst du um und kommst dann wieder zu Papa. Langsam! Jawoll! Oh mein Gott! Seine erste Fahrstunde in seinem Leben und dann auf einem Fuki. Ja super! Und Bremsen? Beide Bremsen? Ja toll! Das war deine erste Fahrstunde in deinem Leben. Daran wirst du dich immer erinnern. An den Fuki und deine erste Fahrstunde. Mega!